ja nächstes ziel kroko wenn unterwegs was passiert dann cool wenn ich auch okay auf geht's auf geht's und wir sollten immer mal ein bisschen gucken aber ich habe geguckt wo die dame der nacht ist die ist hier nicht am rand sondern die ist mehr in der nähe von sandenies die müssen wir echt mal finden hei freunde na ja reiht doch weiter ist doch alles gut und wir müssen mal noch sachen herstellen das ist das hier wir müssen mal noch sachen herstellen und zwar die dynamit pfeile und sowas die rezepte haben wir ja jetzt das müssen wir machen wenn wir nachher mal lager machen erinnert mich mal dran falls ist irgendwie vergesse was mit dem da auch der lagert einfach bloß na dann viel spaß die rötere ja kommen wieder vorab noch untersuchen dass weder viel ja stimmt stimmt das vergesse ich immer diese untersuchen vergesse ich immer hast du vollkommen recht da hast du vollkommen recht ihr unbekanntes tier oder mal das pferd etwa das pferd ist unbekannt kann ich das so ich muss das durchs links oder durch ein gewehr gucken wenn ich das so angucke dann geht es nicht ja gut egal wir gehen jetzt erstmal nach dem kroko gucken ja ja wo wie alles gut wir gehen erstmal nach dem kroko gucken und ob wir das überhaupt finden das wäre sehr schön jetzt sind wir schon wieder hier du hast das revier eines legendären tiers ach da kommt meine an so plötzlich bleibt mal bitte hier ich will nicht dass du gefressen wirst gebrochene zwei wir pumpen das viel so voll blei bis es nicht mehr geht ja also er ist riesig und ich will nicht gefressen werden wenn wir den sehen wir pumpen den einfach voller blei auch wenn sie unser wapiti feld dafür drauf geht jetzt das hätte man vielleicht vorher abgeben sollen okay wir haben kadaver kleiner reihe ich glaube so groß wie das viel ist hätte der den vollständig aufgefressen kroko kroko doch was soll mir das sagen feudelflug so jetzt müsste er vor uns sein irgendwo ist er das ja ne da hinten ist er ok knarre raus halt wir hauen uns schön noch mal einen rein vorher so sieht das gut aus jetzt dreht er sich wieder ich will kopf treffen aber ich glaube das war's gut wir haben ihn zum glück ohne probleme einfach wahnsinnig in den rein geballert wenn das viel auf einen zukommt junge 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 aber bitte heute ja warte jetzt ok ok schön alter finne guck mal hätte der nach uns geschnappt wir wären ja sofort weg gewesen heilige das ist mal ein monster ok dafür kommt jetzt das wapiti feld weg ist scheißegal gg ich danke ja hat diesmal sehr gut sehr schnell geklappt beim letzten mal habe ich einfach den anfangspunkt nicht gefunden es war nicht zu sehen so und wir müssen mal wir müssen mal ein bisschen gucken und zwar st denis hier so und hier so müssten die damen der nacht irgendwo sein also hier an den bäumen ich würde mal hier hin reiten und mal gucken oder hier so und dann mal schauen ob da die damen der nacht sind wir müssen wirklich an die bäume gucken und mal checken ob hier noch irgendwo was ist da ist zum beispiel was guck mal hier ist was an der baum rinde dran aber das ist wieder vanille oder ja das ist wieder vanille wir finden das zeug schon allerdings 15 mal müssen wir das halt finden es wäre gut wenn wir ein baum erstmal finden würden da können wir 15 mal wieder zu dem hin aber das soll an bäumen wachsen nee das ist bloß rohrkollen ja chillplätze alles ist gut muss bloß mal immer so ein bisschen auf die karte gucken jetzt sind wir hier ja wir reiten mal hier hinter und gucken mal was ist das hier seidenpflanze ok das ist noch mehr seidenpflanze die brauche ich aber jetzt nicht unbedingt die gutste seidenpflanze da hängt was am baum das ist wieder vanille das ist doch wieder vanille ach gott man komm aber nimm mit auch wenn wir das nicht suchen da hinten könnte noch was hängen wir schauen uns einfach mal weiter um jetzt nochmal rohrkolben da ist noch eine vanille tja ich wünsche ich würde vanille blüten sammeln müssen die hätte ich bestimmt schon zusammen naja wenn ich wirklich das gar nicht finde dann schau mal mal auf eine karte aber ja ich versuche die meisten sachen halt wirklich immer so ein bisschen alleine zu finden das wäre schon sehr angenehm aber hier ist gar nichts und ich bin jetzt schon hier oben da hinten ist was am baum oder ja ok wir reiten mal da ganz kurz hin da hinten ist noch was am baum und hier war grad was und es ist vanille meine fresse ja ist alles vanille afa danke jetzt war ich kurz verwirrt aber afa hat halt manchmal ein bisschen den hänger ist nicht der beste tag für ihn vielleicht noch bisschen müde und eine vanille oder ja natürlich was sonst man ok ja jetzt sind wir glaube ich schon zu weit wieder ja jetzt reite ich mal zurück und gucke mal hier noch an den bäumen und hier wenn ich runter zur kellygill hall so ein bisschen reite mal gucken ob da was ist wir schauen mal wir schauen mal wir reiten mal ein stück zurück wieder ja 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 komm plötze schwingen die hufe das ding ist bloß hier sind gar nicht so viele bäume ne aber die wachsen halt am bäumen aber die wachsen halt am bäumen ja krokus über krokus nö reier da oben da wächst was da wächst was und wir haben eine vanille wer hätte es gedacht yay meine fresse das gibt es doch gar nicht ok das ist langsam schon frech das ist langsam schon frech ja wir reiten mal ein stück weiter runter mal gucken hier waren auch reier viel guck mal hier waren wir noch gar nicht so richtig an dem punkt aber hier sind viele reier da ist einer da da sind die roten löffler auch wieder da sollten wir vielleicht trotzdem noch mal hin das wäre vielleicht gar nicht mal so doof da hängt was und da hängt auch noch was am baum und da hinten auch hier sind drei sachen ok einmal vanille kommende mit aufer von denen haben wir ja noch nicht so viele wenn er die wenigstens essen machen würde oder sowas so da ist was was bist du was anderes jetzt bin ich gespannt hallo es könnte sie sein es könnte sie sein aber komm sagt mir dass es die blume der nacht ist dame der nacht ja sie ist es kann ich die auch noch untersuchen das wäre schön aber naja ist egal ja ok wir haben die erste dame der nacht gefunden hier an diesem baum und hier ist noch eine vanille immerhin immerhin wissen wir jetzt wo eine ist und wir müssen nur 15 davon finden yay sollte ich mir diesen baum mal markieren das wäre vielleicht gar nicht mal so doof ne äh ich kann bloß keine markierung mehr setzen äh äh ok keine ahnung was das war wir markieren uns das mal jetzt da hängt noch was komm schon sei noch eine ja es ist noch eine sehr gut hier sind zwei stück schon mal auch fantastisch ok das ist sehr gut weil dann können wir die hier auf jeden fall sammeln die wachsen ja mal nach fantastisch oh das macht mich ziemlich glücklich muss ich sagen so plötsi dann reiten wir jetzt noch kurz da runter und gucken mal an die bäume ob da vielleicht auch sowas ist da drüben war ja nichts dran ne ne das ist bloß der busch hier ja und das sind die da unten halt warte mal da drüben ja hier ist noch was es ist noch eine da mitternacht ja sehr gut ok hier sind drei stück das gefällt mir sehr damit kommen wir auf jeden fall schneller voran achtung zug zug von hinten ja da müssen wir mehrmals hier vorbeikommen müssen wir immer mal ein bisschen dran denken dass wir einfach hier vorbeireiten oh ruhig bleiben kroko ganz locker dann müssen wir mehrmals dran denken dass wir hier drei von denen haben hier leuchtet was keine vanille toll naja tut tut ok hier ist nichts mehr was die dame der nacht betrifft da hinten hängt was es ist noch eine dame der nacht sehr sehr gut so einmal mitnehmen da haben wir schon vier stück da müssen wir das bloß dreimal machen in dem sinne und dann haben wir die gegenstände ach nee wir brauchen 15 entschuldigung eine bräuchte jetzt mal noch dann dreimal wie komme ich denn jetzt auf 12 wie gesagt ist ja egal das ist auf jeden fall ein anfang das was wir überhaupt gefunden haben ne ah wieder die fallout musik sehr schön ok ja soviel zu dem erstmal wir haben auf jeden fall einen punkt gefunden hier sind drei und hier ist eine also haben wir schon mal vier stück wenn wir das öfters mal machen oder ab und zu dann ist das sehr sehr gut als nächstes wir sind in der nähe von st denis ich würde rüber reiten konnte man beim schneider sachen auf dem pferd deponieren ja oder ging das ich bin mir grad unsicher wir reiten mal kurz zum schneider und deponieren mal wir können eigentlich gleich über die über die schienen hier rüber wir deponieren mal unseren hut wieder unseren richtigen den pürscher hut auf unserem pferde das wäre ganz praktisch würde ich meinen und da gehen wir zum trapper geben das fell ab da schwebt gras in der luft ja da schwebt gras in der luft was hey 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 Le Moin Räuber Ich glaube, das Pferd hat sich erschrocken Was war das denn? Junge, Junge, Junge Was war das denn? Da hat sich das Pferd aber richtig erschrocken Dass es so hoch gehüpft ist Das war interessant Aber auch cool Okay Wir haben dem netten Herrn geholfen Die Le Moin Räuber sind tot Und ich hoffe, den da oben muss ich jetzt nicht abknallen Weil er denkt, dass wir hier ein Verbrechen begangen haben Aber es scheint nicht so Nö Der sieht das alles ganz locker Das finde ich sehr gut Das war interessant Ein schöner Sprung Hier an den Bäumen ist nichts Leider nicht Aber hier ist sowieso alles versüfft und abgestorben und so Sowieso nicht so schön Achtung, heiß und fertig Warte mal, wir können doch hier lang Vorsicht, bitte Ich muss mal durch Oh, Vorsicht Ja, ja, locker bleiben Ich hätte doch geradeaus Reiten sollen Das wäre sinnvoller gewesen Und immer dran denken Seid auch mal nett zu euren Mitmenschen Grüßt sie mal Sagt mal Hallo Nix Mister Polizeimann Bietet eurem Postboten auch mal eine Flasche Wasser an Gerade bei den Temperaturen Seid einfach mal nett Das kann schon helfen Und gibt gutes Karma Wie ihr seht Einfach die Leute grüßen Und schon ist alles super So, Plötze, bleibt mal stehen Beschützt bitte das legendäre Feld Ja, siehste Es ist nett, ein paar freundliche Gesichter zu sehen Ah, naja Hi, mein Freund Schönen guten Tag Schmeckt die Zigarre? Ich hoffe ja Na, mi Lady Schon Geld gemacht? So Hallo, mein Freund Warte mal Kann ich nicht einfach in die Garderobe gehen oder so? Hat der überhaupt eine? Äh Hat der keiner? Ich kann hier Der hat keine Garderobe, ne? Warte mal Jetzt war so ein 10 Sekunden Hänger 10 Sekunden Oh Mann, ey Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll Ich hab keine Ahnung Oh, es tut mir voll leid Es tut mir voll leid, dass Das manchmal hängt Ich weiß nicht, woran das liegt Äh Kopfbedeckung Danke, das ist sehr nett von dir Ich will eigentlich bloß den Pirscherhut Auf mein Pferd wieder setzen Den gibt's ja gar nicht Okay, wir bleiben erstmal hier dabei Ich weiß, dass ich das in meinem Lager machen kann Aber Naja Mir gefällt der Der Hut sieht nicht schlecht aus Mir gefällt er aber nicht ganz so Kann aber auch an meiner Leitung liegen Ne, ich sehe ja tatsächlich Dass ich hier Äh Internetschwankungen immer wieder habe Das sehe ich ja Aber Es wäre halt schön Wenn das nicht so wäre Okay Wir können das hier leider nicht machen Was ich machen wollte Äh Trapper Als nächstes Trapper Und dann Nee, nee Ich bin Bin ziemlich schnell manchmal Wie kann der Hut von dem Pferd verschwinden? Ähm Ich bin mir nicht sicher Aber Ich glaube, wo wir den Helm aufgesammelt haben Der wurde am Stadt Dem Pirscherhut Da reingesetzt Weil hier an der Stelle War immer der Der Pirscherhut Und jetzt ist der Wikingerhelm da Ja Wir haben noch den Bürgerkriegshelm Oder Bürgerkriegshut Dann Arfashut ist immer dabei Der Dreimaster Also der Piratenhut Und jetzt der Wikingerhelm Und normalerweise Nein, jetzt habe ich es abgesetzt Und normalerweise ist da der Pirscherhut gewesen Muss ich halt einfach im Lager wieder umtauschen oder so Weil ich will schon mein Outfit haben Das muss ich mal so sagen Kann ich in San Denise eigentlich irgendwo schlafen? Gibt es hier ein Hotel, eine Pension oder so? Ich bin gerade gar nicht sicher Wie sieht denn unser Karma aus? Oh, das ist fast voll Wie beim letzten Mal Komm schon Wir müssten eigentlich die ganze Zeit durch San Denise reiten Und jeden grüßen Bis es klappt Weil dafür gibt es auch eine Trophäe, ne? Glaube ich Wenn man einmal komplett Gute Ehre hatte Oder gutes Karma Und das zu erreichen Ist gar nicht so leicht Oh, ist hafer süß Immer schön, dich lächelt zu sehen Aber das sieht auch gar nicht so aus Als wenn das irgendwie höher geht, ne? Hallo Ich bin in einem guten Mood Für einen Grund Ich habe was zu verkaufen Hier, guck mal Die drei kannst du haben Zweimal Bieser am Rattenfell Das Hasenfell kannst du haben Wie kannst du haben? Äh, Federn und so ein Zeugs Behalt ich erst mal Kannst du haben Wolfsfälle brauchen wir nicht mehr Haut des legendären Alligators Wolfsfell Fuchsfell Schlecht Pumafell Und das ist das Biberfell Perfekt Biberfell Perfekt Bräuchten wir noch fürs Lager Wenn wir das noch abgeben wollen Wir bräuchten aber da auch noch Fuchsfell Perfekt Äh, weiß ich nicht Ob wir das jetzt noch Ich sage mal Schaffen Bevor Die Der Story Fortschritt Weiter geht Weil das Lager Zerfällt ja immer mehr Und deswegen Ich glaube da ist nicht mehr Viel zu retten Jo Okay Wir würden gleich mal Zum Hehler auch Hier hinten gehen Hallo Hallo Hey Sir Hey Hola Aber wenn wir einmal schon hier sind Dann können wir auch schnell Dahin gehen Hallo Afan Nicht stecken bleiben Ich bin zurück Na Hast du wieder Spanier In deinem Keller angekettet Oder wie sieht's aus Okay Let's see Jojo Moment Warte mal Wir haben Hä Warum Bei Ausrüstung Bei Ausrüstung Ja ja Mach mal nicht Wär ja auch blöd Benelopes Armband Was ist das Wert 75 Reutlinger Taschenohr Wertgegenstand Dann können wir verkauft werden Nö Silberne Taschenohr Die können wir verkaufen Okay das waren die Sachen Äh halt Wir können ja noch was machen Ach das ist sogar ein anderer Ach das ist sogar ein anderer Ah ok Natürlich will er darüber nicht reden Sehr gut Ok Äh was Bison Wildschwein Ach wir brauchen immer noch eine Kette oder sowas dazu Goldenes Gliederarmband und Bürgerkriegdingsbums Wir können also doch nichts herstellen Schade Ok aber wir haben 7100 Das ist ganz nett ucher- TW Churches Spook Spook newspaper braces équ rock Interestingly Amen.